Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3! Äh, letzter Abschnitt sollte das jetzt eigentlich sein. Hingerichtete Drow? Hingerichtete Drow? What? Ah, da unten war das Wasser, deswegen waren wir da noch gar nicht. Es ist der nur Marv. Fischtafelküche? Alter, was ist da los? Ich hoffe ihr durchsucht sie zuerst. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks! Warnemute Leichen untersuchen. Alter, kritischer Erfolg. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Ich mach das hier fertig, es soll jetzt in der anderen Nacht. Fingerfertigkeit. Plus eins von Geschicklichkeit. Boah! Alter! Hey, was hast du... Something caught your eye, eh? Das ist großartig. Ich würde dich auch lassen lassen, dass du es auch nehmen würdest. Für eine mitte Pittance. Was will er denn? Dann tauschen wir. Fetisch von Kalaludra und Unsichtbarkeit. Ich brauche auch Pulverbombe, Leuchtkappenpilz Gold. Klar, let's go. Ja, Schrott. Ja, Schrott. Ja, Schrott. Hm. Hä? Was war jetzt hier mit den Drohs? Red-Eyed Bastard. Hey. Wait a second. Absolute muster took you in. Das wird ganz so ein Grauhaard, die hätte ein schönes Opfer abgegeben. Wer hat denn die Droh hier zum Trocknen aufgehängt? Wo ist der Droh hergekommen? Oh, da ist auch ein Beobachter. Also, die haben auch einiges an Energie, ne? Lur-Otan, Lur-Fu, Lur-Yox, Lur-Xanther. Äh. Die Spiders sind nicht wild. Sie haben sich durch die lokale Dweger gegründet und sind sehr färglich loyal zu ihnen. Mit Tieren umgehen, versuchen die Geschneider zu verstehen. Ah, fuck you. Sehr gut. Sie sind in Konflikt. Der größte Spiegel gegen die anderen drei. Hä, ich luste mit ihr viel. Kann ich nicht mit Tieren sprechen? Der schmiede Eisen das Tor. Ich finde, die vermissenen Stiefel, rette die Gnome, befreie die wahre Seele näher, liefere den Nears Kopf ab. Die Schmiede eisen das Tor. Was ist denn hier alles? Ach du Scheiße. Ich finde die vermissenen Stiefel, rette die Gnome, befreie die wahre Seele näher, liefere den Nears Kopf ab. Teehaus, befreie Sasa, erreiche die Xergekrippe, erreiche den Gebirgspass. Reise durch das Unterreich. Finde die verschollene Tiefel, ja gut, das haben wir ja. Holla die Waldfähre, da haben wir noch ein bisschen was vorholt. Dann geht's. Das ist einfach so, was die Schmiede. Das ist Stick Pit, du Pisspot. Das ist was ich gesagt, Stick Shit. Mein Mug ist weg, Stick-Shit! Du hörst, Stick-Shit! Fülle sie auf! Noch ein Stück, Stick-Shit! Pisspot! Du flirst! Ich bin auf die Seite! Auf die Seite, auf die Schäden! Die Kräulheit ist das, die die Mäste. Bis zum einen Tag, du sterben. Oder die Person, die du mit schraubst, Äh, soll ich nicht die wahre Seele so befreuen? Ihr wollt meine Hände sehen, wofür? Ich will deine Hände bei dir behalten. Er ist ein ganz schöner Aufschreiter. Äh, ich mag eure Art nicht. Und ich mag nicht die Hände, aber wenn deine Hände nicht zu spüren, du willst Respekt, lasst dein Absolutes Geld für ihn. Bis dann, schau mal auf. Hey, Sticksit! Wo ist mein Trink? Kommt sofort hin! Pisspump! Sticksit! Talks like Smug! Und er erregt das Schwung-Village! Und dann schaggete es! Ha! Hier ist der Smug! Nassie Brick! Ich würd's ja schon gern irgendwie alle umbringen Shit! Und du hast einen von Nair's Moon-Lanterns? Jarg! Moon-Latern? Was ist das? Und Pixie-Lamben! Wenn du in der Moon-Lantern gehst, wirst du es nicht enden. Top-Land sind mit der Todesdruck. Schöne dich in keinem Zeitpunkt. Geh' an! Geh' hier! Aber geh' mir nicht kursen, wenn das Schadow-Shit dich schreit! Es muss die Schadow-Kurs sein. Wir brauchen Nair's Moon-Lantern, wenn wir es durchgehen wollen. Weg gehen. Okay, das heißt, da ist der Durchgang. Das müssen wir so oder so Nair befreien, wer ist, weil das denn das? Donner! Mit jedem, den ich rede, hab' ich mehr Bock, alle umzubringen. Aber da haben echt viele dabei, die wohl schon 44 oder so haben, ne? Warte mal, der verkauft, ne? Steinmetzger... Gergeram... Gergeram... Siehst du wenigstens, Katz du Arschloch? He? Ich dachte du verkaufst was? Ne, warte, der verkauft! Na gut, was soll ich mir anschauen? Geschichte, ich starte noch flächende Kompositionen, also nachforschende Hunde gefallenen Trimmer untersuchen Alter, wirklich Was? Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor many split cleanly in two yet some walls remain fully intact No quake brought these rocks down they were smashed through in an instant Something big charged through here Something very big What do you think? Statt auf technische Kompositionen untersuchen Several glassy stones stand out in the debris. Their borders are coated with tiny yellow crystals. The hottest of flames smoothed the stone and left sulfuric crystals behind. The fires of the hells have touched Grimforge That's a bit burnt, isn't it? The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress. Anything standing out? Are we ready for the story? Incredible. Incredible. An entire history risen from dirt and debris. Picture it. An ancient city. Hewn from the stone by disciples of Shah. Later abandoned. Untold centuries later. A new tribe revives it. Fresh walls. Fresh sculptures. Until a great hell beast charges through. Toppling the walls and crushing the people. Ah, that explains the infernal plate I found. Perhaps you might have use of it. Infernal plate? But my work has only begun. There is more still to find. I must get to it. I want to handle. I want to see what you've got. Uh, Gegenstand of the infernal state of the regimen. Good, there I have already. What's that there? Trank of the unsichtbarkeit. Elixir. Elixir of the arcane or anything. Elixir of the blitzresistence. Fluch, Schneesturm, schmieren. Fallen in Schärfung. 144. Alter. Der hat leider nichts gescheits, ne? Feuer, Schild, dunkle Sicht, Spiegelbilder. Schade. Ich muss echt mal mein Zeug weg. Alter. Was ist das da? Eine Salami. Das ist meine Salami. Niemand bekommt diese Salami. Äh, 255. Was? Äh, 255. Was? Was ist das denn? Schilder. Schilder. Das schilder. Die most interesting secrets are always lurking, just under the surface. Schilder. Ah okay! Schilder. Schilder. Hydraulic. good to be alive. Darf ich den nehmen? Das ist ja ein Panzer. Tagebuch des Dunklen, Justizian. Justizian, Alter. Zyklus 40. Ich weiß, dass es verboten ist, die Gemächer der Inquisitorin zu betreten. Doch ich konnte nicht anders. Hat Meister Kesserig uns nicht befohlen, jedes mögliche Werkzeug zu nutzen, um Scharzer die Wahlen zu besiegen. Wenn Sibyl das Amulett hätte geheim halten wollen, so hätte sie es wohl sicher besser versteckt. Zyklus 42. Der Amulett hat mir eine Macht geschenkt, eine Energie, die ich noch nie erlebt habe. Solche Macht ist mir neu und solche Freude. Ständig muss ich lächeln, zum Verdrust der Anderen. Zyk- Es ist verbracht der Dunkle Herren, sei Dank. Sibyl riss mir das Amulett vom Hals und warf es in die Lava, als sie mich haltlos vor Gelächter fand. Der Össern ist vorüber. Aber ich kenne meine Strafe noch nicht. Sibyl ist nicht für ihre Milder und Dieben bekannt. Der Verfluchte im Verfluchten Mönch. Als du die Skeletons schaust, wirst du erinnern, dass sie alle in der gleichen schwarzen Armung sind. Schwarze Justizier-Uniforme? Diese waren Schar-Werrschiper. Die gleiche als ich. Ihre Mörder haben sich mit einer mächtigen Göttin angelegt. Und sie hat seitdem ihre Revenz erinnert. Oh, aber das ist schon ewig her, ne? Das ist auch eine mittlere Rüstung. Umarmung des Eichenvaters. Äh, unter dir, die den Träger angreifen, treffen wir allein ein bis sechs Gleisenschaden. Das wäre schon eher eine Rüstung für sie. Geil. Achso, ja, ich habe bei der hier ganzes Zeug, ne? Wo ist denn das? Äh... Ach, Gewicht. Das ist der Reisesack. 27. 8,3. 17 Ringpanzerrüstung. Schwere Rüstung. Barbarenkleidung. Okay. Alles brauchen wir jetzt auch nicht mitnehmen. Holztruhe. Krieg ich das auf? Wow. Na, Diebeswerkzeuge verwenden 17. Leichte Armbrust mit Säureschaden. Verfaulheitenfüllerei. Rucksack. Alter, wo geht's da hin? Ihr könnt eigentlich oben bleiben, oder? Naja, egal. Geben wir jetzt erstmal gemeinsam runter. Alter, da unten. Oh man, das ist halt ein riesiges Scheißgebiet, alter. Wenigstens kann man nicht abstürzen. Sieht so aus wie ein Schrapp da. Ah. Ah. Speicher. Uh. Oh. Alter, ernsthaft jetzt? Einmal noch Scheiße, fuck you Ich muss ein Ding mitnehmen, das geht nicht anders zum Lager Astadion, achso Ach, Schattenherz, ne, das ist Karlak Ne, Will Schattenherz ist da unten Wie man halt einfach zwischen Lava und Lager haben, Alter Wie sehr wirst du gekocht werden? Ja Ich hoffe, du hättest dich zu chatten Was brauchst du? Okay, was ist auf deiner Meinung? Ich glaube, einige würden unsere Aktionen kümmern Goblins würden das ganze Ort zu nichts Wenn es nicht für uns wäre, keine Chance auf unseren Lagerlern, aber Wir haben immer noch unsere eigenen Probleme zu entdecken mit Okay, ah nee, ah fuck Ja, aber drüber haben wir das ganze Was ist abgebrannt und in den Haarzeug entführt Dann müssen wir ihn suchen und ihn zur Sicherheit Sie sehen Grand Duke Ravengaard ist mein Vater Oh Ich weiß, was ich nicht gesagt habe Unsere Relation war keine Ahnung Ansonsten für ihn Äh, standen ihr eurem Vater nah? Ich kann euch nicht vertrauen, wenn ihr so viel von mir verheimlicht Er ist Misora und jetzt das Das ist die Entscheidung klar Das ist die Sache Ich weiß nicht, was ist das Aber ich frage mich Was macht ein Duke von Baldur's Gate so interessant für die Dräu? Auch die Hütte von Menzo Baranzin würden nicht mehr利用 auf meinem Vater Nein, das ist kein Dräu Plot Die absoluten Nuttas Die true souls sind hinter ihm Abdukt Seine Absintheit will so Chaos in der Stadt Wenn sie ihn infectieren könnte er leden Baldur's Gate Äh, solche Sachen solltet ihr mich verheimlichen, Will... weggehen. Okay. Händler? Der verkauft was? My friend! How do you fare? Hey. Egal. That contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Was für ein Ding? Wie kommt es, dass sie eine solche Vorrichtung in der Brust tragt? Der Jahr? Ten Eyre. Der Ort? Eine kleine Stadt der Baldest Gate. Unsere Hero? Karlak. Ein Notkneed Delinquent von der Outer City. Mit alles zu geben, und nichts zu verlieren. Ich war ein Kind, looking for a way zu füllen meine Tage und machen Geld, wenn ich in die falsche Gruppe bin. Worked für ein Mann, ich respektiert. A lot. Turns out, das Gefühl war nicht neutral. Durch die Jigs und die Reels, er machte ein deal mit Zariel, hinter meinem Brust. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. Sie legte dieses Ding in meine Brust und setzte mich nach Arbeit. Aber, nach Krieg. Ich lernte schnell, wie zu leben bleiben. Und der Motor servierte mir, wenn es um Böden zu töten. Ten Jahre davon. Die Geschichten, die ich erzähle. Ich hab da ein Böden in der Zadel überlassen. Ein Mann namens Gortash. Politiker. Inventor. Einer dieser Wieler-Dealer-Typen. Er scheint, dass er einen Finger in jedem Pie hat. Ich glaube, ich war naiv, um zu denken, dass alles, was er aufgeteilt war, über die Böden. Was wusste ich? Ich sah einen Job. Einen guten Job. Mit den Leuten, die ich liebte. Arbeit, die ich gut war. Ich habe mich aufgeteilt. Manchmal bin ich sehr stolz von dieser Frau. Oh, ich fühle mich so invincible wieder. Was macht diese infernalische Maschine? Beste mir Energie. Power. Aber ihr seht es in Aktion. Sehr hart zu kontrollieren. Wenn ich mich überhaupt aufgeteilt bin. Angst, nervös, glücklich, entzündet. Ich füge heiß. Halt genug, um jemanden zu füllen, der nahe kommt. Entzückt. Ihr müsst euch eingesperrt fühlen. Ich versuche nicht darüber zu denken. Ich denke trotzdem immer darüber zu denken. Aber, du weißt, ich versuche es. Einer dieser Tage werde ich das ganze Infernal-Affekt ausgeteilt. Ich werde mich aufgeteilt. Ich beginne zu verletzten Zeit. Aber... nicht heute. Achso, warte, du musst aus der Gruppe. Ja? Wegen unserer Larvenkräfte. Ah, Experte. Die beste Methode, um einen Teufel zu tönen. Ja. Ja. Was sprechen wir hier? Haha. Ich dachte nicht, dass ich mal hier ende. Und ihr und Misora scheinen euch zu kennen, warum? Ja. 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 Was soll denn das jetzt machen? Ich brauche in meiner Gruppe, wollt ihr mit uns reisen? Ja, aber ohne den dämlichen Helm, Alter. Bringt ihr überhaupt was? Rettungswürfe, Geschicklichkeit plus 1. Barische Inspiration. Du hattest jetzt auch nicht so viel geiles Zeug, ne? Aber passt schon. Ich habe viel auf meinem Geist. Äh, dann könnten wir jetzt eigentlich wieder aus dem Lager raus, ne? Äh, Lager verlassen. Watch your back. Let's crack it open. Echt? Wir haben jetzt mit ihm versagt. Oh, der... Der echte, blitzi Funkelwand? Äh... Was? Gibt es etwas Schöneres als Blitzschläger rundherum? Fragt ihr die Funkenfänger und den Vessel Blitzschläger rundherum? Aber das ist doch perfekt für... Wo ist das Schild denn da oben? Du hast doch bloß ein normales großes Schild, ne? Bloß 2 Rüstungsklasse, irgendwann mit Schilden. Sehr geil. Passt auch viel besser. Es ist ja hier nix, ne? Ey, so cool Karlaq auch ist, ne? Aber... Irgendwie bevorzuge ich einen Astarion. Oder wir müssen die... Die Ding umtauschen. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Und so leise... Aber ich hasse es so viel... Dass man bloß so wenig immer nehmen kann, ey. Ich würde es immer am liebsten alle mitnehmen. Und ich will ehrlich sein. So ein Spiel mehrfach durchzuspielen, dafür habe ich einfach keine Zeit. Ich hatte eigentlich nicht mal Zeit, um das zu spielen. Einsturz. Gibt es hier irgendwo Bomben oder so? Drauffahren würde wahrscheinlich nix bringen, ne? Immun gegen Wuchtschaden. Du kannst nicht aufhören, zu bleiben. Warte mal, wir haben noch... Kann ich das nutzen? Ja. Fuck. Warte mal, die kann den Hammer? Ist der nicht zweihändig? Eine Bombe haben wir aber auch nicht dabei, ne? Lass uns gehen. Ein weiterer Schritt vor. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir irgendwo ein Fass finden, was wir in die Luft jagen können. Oder mehrere Fässer. Hä? Wo sind die Viecher hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Hä? Hallo? Oh, sind wir zu spät für ihn? Ist er tot? Hier. Hä? Ist das ein Bug? Eine Parasite. Collect it, collect it. It might be useful. We're needing his head. The decaying corpse lies before you. The head breaks off cleanly from the drowsed body. Sind die jetzt wieder einfach weg oder was ist los? Kaputte Mondlaterne. Scheiße. Alter, meiner schwitzt wie Sau. Is this the moon lantern? A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Broken. So much for protection from the shadow curse. Arcane kundin. Staubende Laterne untersuchen. Grad 10, alter. This is pixie dust. Used to illuminate a lamp. All left behind after a pixies death. Ah, fuck you. Nothing about the lantern strikes you as unusual. Is that a sich auflösende Nachtläufer? Nebelschritt. Kann nicht eingesprungen, verstrickt gehen oder gefesselt werden. Nicht in Fett oder Eis ausrutschen. Durch plus 1. Schwert der Schrei. Uh. Oh. Rapier. Alter, ich bin dabei. Äh. Da. Ich wollte schon lange eher mal wieder ein Rapier haben. Aber sind die anderen noch da? Hä? Hä? Was ist denn passiert? Hä? Ähm. Missing? Killen. Dieser schlauπως. meio privacy Odin. Kinda. Done Was ist denn das Artefakt? Hilfst du dem verfluchten Mönch Die Türgar zogen ohne ihre Stiefel ab Sind fort, wir haben unsere Schoffe Passt sie zu retten War ich ins Lager, Bang? Was? Warum? Hä? Ich check gerade gar nichts mehr Hä? Hä? Fuck, Alter Warum sind wir jetzt einfach weg? Ich bin doch auch nicht in Akt 2 Weil dann bist du ja nicht in dem Gebiet Nicht mehr Äh, zum Lager Da, ah, jetzt sind sie aufgetaucht Okay, ich darf nicht ins Lager gehen What the fuck? Ha Fuck Das heißt, ich muss das jetzt alles in einem Rutsch machen Oder ich muss die bloß versuchen zu befreien Und dann mit denen Fight anfangen Und dann Werden die schon nicht einfach abhauen Alter, eigentlich hat es geheißen Es gibt keine Missionen Wo man Zeit verstreichen kann What the hell? Okay Ist das da hinten eigentlich der Tempel des Mondaufgangs? Oder der Turm? Weil das ja in den Schatten landen ist oder so? Oh, da ist das Dorf Da ist das Ist das Druiden rein? Wird irgendwo da hinten sein Äh, warte mal, hab ich jetzt Ah Äh, Schlossknacken Oh Wow Fuck you, Spiel Äh Warte mal Hier sind wir daheim Da oben ist das Schild Was ist das wieder? Rasche Antwort Das sind Krummsäbel Ne, brauche ich nicht So Was sind das eigentlich für Stiefen? Was wir bekommen haben Typ Ja Wasserfunkler Stiefel der Geschwindigkeit leicht flexibel Das sind Handschuhe Das ist der Fetisch Wo habe ich in die blöden Stiefel? Oder habe ich die Wind angezogen? Grenzen Grenzen über die Ausrüstung Adrenalin Oder was du spurtest Ach, egal Teller Wie ich die halt einfach abkauze Wobei ich denke mal schon Ist das ein Bug? Trag der mächtigen Heilung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020